Ich bin Nils und im Hintergrund läuft eine G36C-Morb auf der Map Interchange, die dauert ungefähr 3 Minuten 30, also ist relativ schnell erspielt. Wer bin ich? Ich bin Nils, bin 14 Jahre alt und kommentiere hauptsächlich auf dem Kanal und das Gameplay ist wie gesagt von Ned, die er spielt aka Hannes und er wird hauptsächlich die Gameplays erspielen, weil er halt relativ besser an COD ist als ich. Was für Commentaries werden kommen? Es werden themenbasierte Commentaries kommen, so auf Alltagssituationen bezogen oder halt hauptsächlich auf Gameplay bezogen. Gameplays werden Nuklears in Legos 2, FFA-Moops, Double-Moops, Double-Nuklears, der ein oder andere Campschlag oder auch mal ein Live-Commentary kommen. Wir spielen hauptsächlich Solo und auf dem Kanal wird nur Call of Duty hochgeladen. Der Upload liegt bei ungefähr 1-2 Videos in der Woche, also auf jeden Fall wird immer ein themenbasiertes Commentary am Wochenende hochgeladen und halt so ab und zu alle 2 Wochen ein kurzes Gameplay mit Musikhinterlegung. Ja, dann hätte ich auch gleich die erste Frage an euch, ob ihr auch mal ein High-Scale-Gameplays sehen wollt, also so Sprengkommando-Gebäsche oder Solo-Herrschafts-Gebäsche, wo wir halt nur mit Killstreak spielen oder lieber Nuklear-Gameplays, wobei es sein kann, dass die ein oder andere Nuklear etwas langsamer ist. Warum kommentiere ich? Ich kommentiere, weil ich relativ gut frei sprechen kann und weil meine Stimme etwas reifer klingt. Vielleicht werde ich auch mal ein Gameplay von mir hochladen, wenn ich mal was Gutes erspielen sollte. Ich bin nicht der Schlechteste im Call of Duty, aber es geht. So, ich habe ja so einen von Hannes, der ist halt so relativ gut in Call of Duty und ja, die Gameplays sind Erhard mit der Elgato. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören, wir würden uns über eine positive Bewertung freuen und ciao ciao, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Moab bereit zum Einsatz! Verbündete Moab kommt! Entschuldigung!